Guten Abend miteinander. Männer müssen Kinder wickeln können. Aber ehrlich gesagt, je nach Verdauung des Kindes kommt man recht an seine Grenzen. Und darum habe ich jetzt das Elektrowickler-System EW60 entwickelt. Mit dem EW60 haben sie das Ganze viel schneller hinter sich, haben sie auch viel mehr Quality-Time und können so länger mit dem Kind spielen. Der härteste Moment beim Wickeln ist eigentlich dort, wo man ganz am Anfang die Windeln aufmacht. Und darum ist man natürlich froh, wenn die Windeln möglichst schneller weg sind. Sie sehen es hier. Hier hat es ein Loch im Tisch. Das geht hier rein. Und hier unten hat es einen kräftigen Entsorgungssauger eingebaut. Der saugt dann hier die vollen Windeln runter, und hier unten häckselt. Und dadurch braucht man viel weniger Platz im Windelkübel hinein. Der EW60 lässt wirklich keinen Wünsch offen. Wir haben hier zum Beispiel die Nass-Trochen-Reinigung. Oder für die Puderpflege hier den Schnelltalker. Den steckt man hier vorne einfach rein. Da muss man hinten schnell umschalten und ... Kinderkrippen, die natürlich mehrere Babys aufs Mal entwickeln wollen, können natürlich hier extrem viel Zeit sparen. Jetzt noch gute Nachricht. Das EW60-System finanziert sich selber. Sie brauchen jetzt wirklich ... Sie müssen keinen einzelnen Sturz mehr für eine Fertigwindel ausgeben. Denn mit dem EW60 machen wir unsere Windeln selber. Und zwar schaffen wir hier mit Rollwindeln. Rollwindeln sind sehr etwas Praktisches. Es braucht extrem wenig Verbrauchsmaterial. Wir haben hier einfach einen Roller mit dem saugfähigen Fliess. Und hier als Verfestigungsschicht einen Roller-Maler-Klebbband. Damit wir die Hände frei haben, kann man das Ganze mit dem praktischen Fusspedal steuern. Mit diesem Gesamtsystem, wie Sie es hier sehen, kann man wirklich extrem schnell wickeln. Ich wickele hier ein Kind, von 5 bis 6 kg mit einer durchschnittlichen Verdauung in sagen und schreiben 60 Sekunden. Ich weiss, es klingt jetzt extrem unwahrscheinlich, es ist aber wirklich wahr. Wir machen jetzt Probe aufs Exempel. Und zwar mache ich das Ganze mit ihm schnell durch. Und Sie können sich zu Hause Zeit stoppen. Jetzt machen wir noch schnell einen Check. ob alles bereit ist. Das ist gut. Die Schrauben immer gut anziehen, das ist wichtig. Die Klappe muss offen sein, jawohl. Gut. So. Achtung. Fertig. Los. Und die Windeln aufmachen und entzogen. Und dann die Bandreinigung anstellen. Hier nass. Trocken. So. Und hier den Schnauhtalker. Band abstellen. Schnauhtalker anhalten. Und überall wickeln. Die Rollwindeln unten durchziehen. Und hoppeln. So. Dann das Beinchen. Das andere Beinchen. Manchmal rutscht uns das Ganze hier ab. Das ist aber überhaupt kein Problem. Weil jetzt kommt hier noch die Festigungsschicht. So. Und. Fertig. Danke vielmals. Mit dem Wickel-Atomorant. Vielen Dank ins Mittelland.